Jungs vs Mädchen Wenn man bei einem Test keine Antworten weiß So, heute schreiben wir einen Test, ich hoffe ihr habt alle gelernt Oh, so ein Mist, ich habe nicht gelernt Ha, für sowas habe ich eine Geheimwaffe Wie die Mädchen reagieren Och nein, ich kann wirklich keine Frage von dem Test beantworten Zum Glück habe ich die hier Oh magische Würfe der Weisheit Ich kann keine Frage beantworten Was soll ich nur tun Wenn du mit etwas Probleme hast, bekämpfe die Ursache Hey, was ist das für ein Ding? Wo bist du etwa zu schummeln oder was? Wenn ich dich dabei erwisch... Wie die Jungs reagieren Na verdammt, dieser Test ist echt schwer Ich weiß absolut gar nichts Ich muss mich einfach nur stark genug konzentrieren Dann bekomme ich die Antworten schon Konzentration Los, Konzentration Ich brauche die Antworten Konzentration Noch stärker konzentrieren Hey Ich gehe irgendwie nach Ich gehe irgendwie nach